Mitten in Flensburg umgeben von grüner Natur entstehen diese attraktiven Einfamilien und Doppelhäuser. Das Neubauprojekt Wohnen in der Küsterlücke ist im letzten Bauabschnitt angekommen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Wunschimmobilie und wählen Sie aus fünf unterschiedlichen Haustypen mit Wohnflächen zwischen 90 und 170 Quadratmetern. Die Küsterlücke befindet sich im Flensburger Ortsteil Jürgensbüh. Durch die exzellente Infrastruktur sind die Wege kurz. Auf den südlich ausgerichteten Grundstücken genießen Sie einen sonnigen Weitblick über freie Felder und Wiesen und das mitten in Flensburg. Die einzigartige Lage, lichtdurchflutete und modern gestaltete Räume kombiniert mit einer hohen Energieeffizienz sowie ausgewählte Materialien gehören zu den hochwertigen Qualitätsmerkmalen Ihres neuen Zuhauses. Für die solide und anspruchsvolle Bauweise sorgen erfahrene Handwerksunternehmen. Die Häuser werden schlüsselfertig an Sie übergeben. Das Grundstück ist im Kaufpreis bereits inklusive. Gestalten Sie sich Ihre Räume nach Ihren Bedürfnissen, ganz gleich ob Sie eine Fußbodenheizung oder eine andere Grundrissgestaltung wünschen. Die Planungsphase bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Zuhause nach Ihren Bedürfnissen zu individualisieren. Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Wohntraum und gehen Sie einen Schritt in Richtung planvolle Zukunft. Vergessen Sie hohe Mietzahlungen im Alter. Bleiben Sie stattdessen unabhängig. Entscheiden Sie sich für die eigenen vier Wände und genießen Sie fortan Ihr Leben in vollen Zügen. Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017